Ich habe so viel Halo, die ich spiele, ich muss mich erstmal an das Aiming nehmen. Ist ja so anders, ey. Ja, deutlich langsamer, wa? Das hier ist viel viel schneller. Ja, na mein ich ja. Also, wenn ein Halo ist deutlich langsamer. Genau, ist langsamer, ja. Ich hätte das auf mein Glo-Man zocken. Ja, doch, die mir auch dazu gefallen, tatsächlich. Müssen wir mal mit Timo spielen. Er ist so viert, in Squatch, Rank-Modus macht richtig Spaß. Voll, die war voll weggerissen. Naja, also, du hättest es da. Naja, bei mir war ich zuerst da. Wird schlecht. Alter, ja, well vielleicht. Nee, auch in meinem Film, ey. In meinem Film, ey. Vielleicht wärs da da. Herzschlag-Sensor, sauber. Herzschlag-Sensor. Die man irgendwann ausgesprochen hat, der komplette Ton. Ja, ich... Ich schließe dich in Deutschland. Ich höre mal diese so englischen Begriffe hier. Nee, das geht darum jetzt nicht. Das geht einfach nur, um dieses komplette Wort einmal auszusprechen. Letztens haben die sich auch über mich lustig gemacht, als ich die Plattentasche gesagt hab. Irgendwie sind die... So ne jungen... Jungen... Jungen Bengels. Da hab ich mich auch schon ertappt. Ja, die jungen Bengels... Die jungen Bengels... Nee. Wo ist denn das scheiß Ding in Deutschland? Ja. Ja. Ganz sicher. Ganz sicher. Jetzt wird man doch einen Dähne mal üben, oder? Ah, es geht. Das sagt ja eben, aber der Richter... Entschuldige mal bitte, um wann... Ich hab den jetzt mal nicht ins Wasser gerufen. Ja, aber jetzt ehmals passiert es wieder klar. Wird wieder ewig einen vorgehalten stehen. Auf... Auf in die... Angreifen hier die Spinner auf die Dicken. Auf in die Dicken. Ich glaube wir werden hier gejagt, kann das sein. Fast gar nicht so oben. Ich bin unten. Einer tot unten. Da ist noch einer. Danke. Oh, jetzt hab ich mich selber geblendet. Wunderbar, geil. Oben. Ich versuch mal von außen hoch zu gehen hier. Von der anderen Seite. Ja, ich komm mit. Nicht weg rein. Komm mit. Ich bin hier... Ich bin in der Station Nummer 1. Das ist mein Moment nach. Das ist gut. Was steckt denn der Hurenbengel sich, Alter? Ich hab grad so Halo drin gehabt, dass mein Movement so auf Halo angepasst war und ich den geholt habe. Na gut, aber du bist ja Profi-Spieler. Du wirst ja wohl nicht schaffen. Ja, wenn du immer aufhören würdest wie Waschweiber zu tratschen, dann können wir hier um einen Schritt verlieren. Eck-Gebäude auch, Eck-Gebäude. Eck-Gebäude ist noch einer. Hab ich, Pascal. Danke. Schönen Tag. Äh, da schießt noch einer irgendwo hier. Die landen einfach oben auf dem Dach wieder. Die landen immer wieder oben auf dem Dach. Da vorne im Gang. Das ist mein nächstes Opfer. Das ist mein nächstes Opfer. Einer K.O. in dem Gang. Und mein... hinten am Makan, der ist Schöpfer gewesen. Einer ist K.O. in dem Gang, also... Der kommt hier bei mir. Ach, fick mich doch, Eck. Eine Sekunde warten, der Typ. Da steht immer noch in einem Gang. Ja? Die und die. Da steht jetzt ein G-Brack mit der K-Granate. K-Granate? springen wieder ab kannst du dir nicht ausdenken, du kriegst den team halt nicht wie viel haben wir jetzt hier getötet ich gehe über außen rein wasserturm oben auf dem wasserturm ich weiß nicht ob in dem eckgebäude noch einer drin ich konnte meine drohne umgestellte holen ich dachte da oben an der mauer kommt runtergesprungen k.o. k.o. leider nicht gefinisht ich sehe auch nicht wo er hingefahren ich weiß nicht perfekt nein nein ich sehe ihn gerade noch bei dem turm oben sauber 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 restet mal selber kann gerade hier hinkommen stark sehr gut oben bei der mauer noch ja schildbrake das fernbecker an der steht da oben auf dem prisoner und snipet ach so hier links steht der hä und wo steht der close glaube ich ja ja 38 meter hier oben auf dem ding drauf laut die ja paar dich da rechts irgendwo shield break schüssen dach auch der nervt mich alter ich geh Richtung tunnel dann in chemical ich will mir nur platten der ist schon das andere andere spielen und 40 meter oder kommt einer runter durch die von kann ich da nicht durch schließen da bei dem fenster also sie gehen aber nicht wirklich ich habe keine wiederbelebung und da lang an den treppen im hafen schiff direkt da unten am fenster am hafen oben okay geschossen gerade die wissen genau wo ich bin habe nichts für die distanz am besten schon los oder markieren aufpassen davon bei ihm ist ja nachts bei dir genau ich kann man den mädchen mal wiederholen ja ja kann ich den holen ja nur dann da gibt's noch 10 du kannst es schaffen wo müssen wir eigentlich hin prison hier war gerade einer am shop ich habe ich hinten den die duschen ein paar ja irgendwie erstmals die beute gut ist sowieso mal wieder duschen das ist eigentlich duschen oder sagen das ist die frau wo man hier hin geht vielleicht erst mal hier genau wie bei uns sie machen Wir müssen dann raus, wir können ja hier rausgehen, wir müssen halt auf das Dach aufpassen. Da ist Maske leider. Hier rechts sind es ja irgendwo. Wir müssen los, Leute. Hier oben steht er schon. K.O. Einer ist K.O., einer ist hier noch. Ich musste mich jetzt opfern. Perfekt. Da vorne läuft er, da vorne. Nein, hinter mir. Ach, hier liegt nur einer hinter mir. Boah, ist ein Perfekt eigentlich gewesen, ich hatte die beiden gemisst. Schade. Durch, durch. Achso. Auch neben mir. Direkt. Oh Gott, geil. Das war krampfig. Das war krampfig. Das war krampfig, ey. Ich hätte aber die FTV-Rowerin einnehmen sollen, aber ich dachte, der ist mehr neben mir, dass der weiter neben mir ist. Ich wollte sagen, der sitzt neben dir rechts hinter der Mauer. Dachte ich eigentlich auch. Dachte ich nämlich auch und dann auf einmal kommt er da hinten hoch, ey. Danke. Danke. Ja. Wir hatten die da alle gelockt. Ich hab die alle nur neue Fünderstellung im Gas. David hatte ihn und ich hatte ihn. Hast du das gemacht? Achso. Hatte ihn oben aner Tür? Genau. Die beiden, die von oben kamen, da bin ich genau hinter denen gekommen. Ich bin dann halt im Gas verreckt, aber hatte dann logisch mal ihn. Und Robert hatte den anderen. Genau. Ja. Aber die Farah kann man wieder gut spielen, glaube ich. Irgendwie gerade. War jetzt ganz geil gewesen. Wieder mal. Seit nach langer Zeit. War gut gewesen, oder? Ja. Die Magnum kann man ganz gut spielen. Die Magnum ist auch geil, ja. Marek habe ich auch einen Loadout, der macht mit der Magnum. Akimbo. Ja. Magnum Akimbo und dann die Fennec in der Standardausführung als Svetwaffe. Standard erinnern. Ja. Dieser ist tác. Ich glaube.